Ach ja, Leute, findet ihr nicht auch mich mit einer Explosion im Hintergrund einfach nicht toll? Ja, und damit willkommen hier zu der Folge Minecraft-Abolo hier auf meinem Kanal. Jo, Mai, und wer auch immer, warte mal, ich weiß jetzt nicht, ich hab glaube ich vorige Folge oder vor zwei Folgen hier, ähm, den erwähnt, den Mali hier, also den Photoshopper kann man schon sagen, von dem Bild hier. Und ja, auf jeden Fall, du bist sehr talentiert, falls du das hier siehst, ja? Nämlich hat man diskutiert, das Bild gesendet. Und ja, wenn du auch so ein Bild, äh, auch wenn genau dein Bild hier auch eingeblendet werden will sein tun, dann schick auf jeden Fall auf mein Dis... Hä, warte mal, hä? Schick auf mein Discord, ähm, äh, ein Bild in Bilder rein. Also wie gesagt, zweiter, dritter, vierter Link in der Beschreibung, ich weiß nicht, ich glaub vierter Link oder so. Und ja, jo, Mai, so. Nämlich hab ich dir gesagt auch, dass, äh, genau, vorige Folge, dieser Konstantin, dieser Götterwächter, dieser Typ, wie auch immer, der, der hat sich Götterwächter genannt, ja? Aber Leute, er hat einfach alle meine Chunks ge-enclaimed, live, wo ich da war. Er hat einfach alle meine Chunks ge-enclaimed, Leute. Und ich weiß nicht, äh, warte mal, was ist das? Hä? Ist das angebrannt? Hä? Warte mal, hä? Äh, löl, ist ne Glaskuppel. Wahrscheinlich von Wissenschaftler, oder? Okay, deswegen verbreitet sich da nicht mehr aus. Und, äh, genau, der, der Typ hat auf jeden Fall mein ganzes Geld genommen. Ich hab einfach nix mehr hier in meiner Wallet. Der hat mich immer irgendwie 50 Chunks oder 40 Chunks einfach abzogen. Ich weiß nicht, warum. Also, warum weiß ich schon, weil ich, ähm, weil ich gestohlenes Geld angewendet hab. Und, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob der bei Tops, ihr könnt mal bei Tops dabei schauen. Und schauen, ob der, äh, bei dem schon war. Ich weiß es noch nicht. Ob der schon bei dem war. Bei Tops ist er gerade gar nicht geladen. Und, äh, genau. So, ich wollte jetzt noch schnell hier schauen. Und, äh, schauen, was es hier, äh, zum Fernsehen, äh, äh, was es hier zum Fernsehen gibt. Hier, sah, fünfter Stokium, ey. Nämlich, äh, hab ich jetzt einen neuen Raum, ja. Äh, falls ihr, ich weiß nicht, ob ihr den schon gezeigt habt. Oh, ich war da runter, weil der nach oben sah. Ich hab einen neuen Raum. Und der hat es wirklich in sich, ja. Und, äh, also so. Hier ist bei meinem Büro. Ja, hier ist nämlich mein kleiner, äh, mein kleiner Raum. Weil, ich hab nämlich hier einen Satellit angehangen, ja. Äh, das Satellit ist zwar neu sichtbar, Leute. Ich hab den noch nicht eingebaut. Aber ja, der hat, der hat, der hat alles mögliche, jo, ey. Jetzt schauen wir mal rein hier, was es so gibt, so. Wenn ich mich hinsetzen kann. So, dann schauen wir mal, was es gibt. Guten Tag und willkommen zur neuen Ausgabe Characters News 33. Äh, heute, das heutige Video wird nämlich von Raid Shadow Legends gesponsert. Nämlich, hab ich hier, äh, sehr coole Sachen. Ich kann jetzt mal zum Portal gehen. Ähm, nämlich gibt's, äh, Splittered, äh, das ist so wie Case Opening. Ich kann mal hier einen antiken Splitter öffnen. Äh, und genau. Für 20.000 Silber Coins könnt ihr hier, ähm, Testsplitter öffnen. Und kriege, kriege ich das seltenes? Link der, link der, link der. Oh mein Gott. Ist ja, link der. Es ist selten, okay, Leute. Aber selten ist immerhin gut. Und, oh mein Gott, der sieht so cool aus, gell. Und ich beschwöre direkt noch einen. Antika, später, antika, später, antika, später. Okay, okay. Link der, link der, bitte. Ist schon wieder selten. Aber, Leute, link der ist so selten, versteht ihr? Ähm, genau. Wenn ich jetzt mal zurückgehe und in die Taverne gehe, hier, jomei. Kann ich hier, äh, nämlich verschiedene, äh, Champions auswählen. Kann die jetzt einfach upgraden. Wenn man hier jetzt, äh, auf Verbesserung drückt, kleidet man 9400 Coins, also 9400 Silbermünzen. Und, äh, Opfanzer. Äh, das heißt, ich hab den jetzt, äh, abgelevelt. Er ist jetzt von Level 1 auf Level C abgelevelt. Also, ihr könnt das einfach ganz gratis spielen. Rage Hand Legends ist kostenlos und für jeden auch genau dir spielbar. Gratis für jeden. Äh, Rage Hand Legends hat auch über 15 Millionen Downloads, Leute. Und eine echt gute Bewertung. Also, das sollte man unbedingt mal auschecken. Wie gesagt, Link in der Beschreibung. Und 90 Tage bekommt man jeden Tag gratis eine Belohnung Anfang des Beginns. Und es gibt sehr viele verschiedene Skins, die man sich auch kaufen kann mit Silbermützen. Und, äh, mein Name ist jomei33. Also, falls du mich enden willst und bei mir ein paar Runden spielen willst und in meinen Clan beitreten. Aber, wie gesagt, ihr könnt in die Videobeschreibung gehen. Äh, ihr müsst auf den Link klicken. Auf den ersten Link. Äh, dann kommt ihr 50.000 Silbermützen gratis. Und einen kostenlosen epischen Champion als Teil des Neueinstiegerprogramms. Und beginnt eure Reise in die wundervolle Welt von Raid Shadow Legends. Guten Abend zu der heutigen Naturfolge. Mein Name ist Dieter Übermieter, denn ich bin gerne auf Versteigerungen. Hier sehen sie ein Schaf, wie es gerade spaßig herumhüpft und sein Leben genießt. Haben sie gewusst, wenn Schafe alt werden, dass ihre Haare grau werden? Dies ist ein ganz natürliches Fall hier. Ein grünes Schaf ist von einer ganz seltenen Rasse. Diese nennt sich Mä-Jo. Nein, ich sage das nicht, weil ich Jonaise mag. Mayonnaise mag. Ach ja, das Schaf ist doch kleiner, also ist es noch nicht so intelligent. Ein weiterer wichtiger Punkt eines Schafes ist, dass es nicht wirklich aggressiv werden kann. Ah! Es fängt auf, es ist ein überledenket Schaf. Oh mein Gott, es kann rennen. Ah! Okay, äh, also der Naturtyp, alles klar. Ich weiß nicht, ob der jetzt gut davon gekommen ist oder nicht, aber, ähm, alles klar. Und nämlich, ihr habt relativ coole Kommentare geschrieben. Zum einen habt ihr hier geschrieben, äh, zum Beispiel, zum anderen hat Silvester hier geschrieben, Du würdest wahrscheinlich sehr reich werden, wenn du ein Casino öffnest. Die anderen würden davon bestimmt züchtigt werden und immer mehr Geld ausgeben. Und du würdest damit profitieren. Und genau, Silvester, falls du das siehst, äh, das ist ein echt guter, echt guter Shop-Idee. Also, Casino-Idee, Shop-Idee. Äh, Leute, ihr wisst, wie, wie gesagt, in real life Casinos sind echt nicht zu, äh, nicht zu empfehlen. Ein Casino ist einfach eine, äh, eine Tat, was man nie machen soll. Ist einfach unnötig, ja. Ähm, und genau, Leute, äh, das heißt, wir, heute bauen wir zwar nicht, kein Casino, Aber ich kann mal schauen, ist irgendwo ein Zombie? Ich kann mal schauen, dass sie irgendwo vielleicht, ähm, Irgendwo ist ein Zombie. Ist ja oben ein Zombie, warte mal. Äh, sechster Stock. Wo ist jetzt ein Zombie? Hä, ich kann die Tür nicht mehr aufmachen? Jetzt. Okay, Franz ist doch da. Wo ist hier ein Zombie? Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, kann ich mal demnächst ein Casino aufmachen. Und, äh, so, was habt ihr noch geschrieben? Äh, weil ich wollte die Tür auch noch zeigen. Hier nämlich, äh, war so eine Art, äh, habe ich so eine Art Dings hier gebaut. So eine Art Erweiterung. Wie gesagt, Folge, Folge habe ich da schon, ähm, ja, abgecheckt. Und, die Meteoren sind gar nicht mehr da, gell. Hä, wo sind die? Alles klar. Ja, alles klar. Wie gesagt, ich habe vorige Folge hier, wie gesagt, also hier, äh, ich habe da erst die Cobblestone im Randon gehabt. Äh, dass ich hier praktisch weiterbaue, mehr oder weniger. Was ich hier weiterbaue. Äh, ich wollte hier so eine Art, ähm, meinen Turm wandeln, wenn ich es so mache. Ich weiß nicht, ob ich nachher wieder rüberkomme. Aber, äh, so eine Art, äh, weitere Erweiterung. Also, wie soll man das? Leute, ich bin kein Achtekt, ja. Äh, auf der anderen Seite, es geht auch so ein Teil auch hoch. Und da geht auch so ein Teil. Und, johmei, das wollte ich jetzt bauen. Also, haben wir doppelt so viel Platz und doppelt so viel, johmei. So. Hier haben wir einen Untermessen-Zombie. Wie gesagt, ich wollte jetzt auch schauen, äh, was haben, habt ihr noch geschrieben? Weil, vorige Folge habe ich nicht, äh, die Dings, in der War, vor zwei Folgen war das. Habe ich nämlich geschrieben, also gesagt, der beste Kommentar hier, das war jetzt von Silverstar, äh, bekommt, äh, wird angepinnt. Und, ähm, wird, äh, praktisch auch gebaut. Das ist ein Casino, sagt, echt eine gute Idee. Okay, äh, ihr habt doch geschrieben, Flo hat einen Totenshop, geh mal hin und mach ein Unboxing. Alter, ich hab kein Geld, also kann ich, äh, kann ich nicht zu seinem Totenshop gehen, aber ich weiß gar nicht so, wo ihr überhaupt seinen Totenshop habt. So, ähm, was, äh, gibt's hier noch? Was habt ihr noch geschrieben? Ihr habt doch geschrieben, äh, einer hat geschrieben, lecker Schnitzel, johmei, was hast du noch geschrieben? Ähm, mach einen Schnitzelspender für Izzy und einen veganen Schnitzelspender. Alles klar, ich glaub, ist es Vegetarierin oder Veganerin, ich weiß nicht, ganz genau. Äh, ihr könnt's mal in die Kommentare schreiben. Ich hab geschrieben, Julian, das Kreuz beim, beim Ofen, beim, beim Dings, Leute. Warte mal, beim Questbook, beim Questcomputer. Das, äh, Dings hier, wo war denn das? Äh, bei dem, bei dem, äh, Enchanting Dings, warte mal, was war denn das? Dekoration, Schutz, johmei, weil Dings, johmei, muss ich auch noch bauen, geh. Königreich, errichtet die Zeus-Akropole, äh, Statistikspringer. Stimmt, Statistik, das müssen wir auch noch schauen, Statistik, Statistik. Wie, wie oft nicht springen? Sprinted, walked, äh, gewoggt, Jumps. Leute, wir haben 30.693 Jumps, Leute. Oh, da haut er, da haut er Juni und dies. Johmei, so, lol. Und, äh, ne, warte mal, drei Mint Magnum Totems, alles klar. Und wir haben schon 150 Dollar wieder, nice, wir kommen, johmei. Und ich glaube, Tobes, so witzig ist es bei Tobes. Er hat nämlich so, äh, so eine Art Rucksack, die den ganzen Zeit runter, äh, runterpresst, runter, Dings. Ha, die Bracewurst. Äh, den, äh, den Tobes ganz nicht runterzieht. Und, ja, wir haben schon wieder 150, wir können nachher schauen, dass ich vielleicht Junks oder so wieder kaufe. Und wir haben drei Magnum Totems und eine Kyberbox, Kyberbox. Lol, da, da, da kriegt man die, die Lightsebers und ein Blasterpistole. Ich glaube, ein Blasterpistole ist irgendwie so eine, Dings, äh, Pistole. So, dann geht's so machen und so. Und hier haben wir wieder ein paar Totems, Johmei. So, ähm, und genau. Nämlich wollte ich jetzt auch noch sagen, hier, äh, was ihr noch geschrieben habt. Ihr habt geschrieben, baue ein, äh, baue eine gute alte Bar, wo du allen Dudler verkaufen kannst. Leute, und wer, wer, wer hat das geschrieben? Jura, sei die. Äh, sei, ja, sei die. Äh, das ist eine sehr gute Idee, so eine Bar zu bauen, gell? Ich könnte vielleicht auch bei einer Erweiterung da vorne, bei der, äh, bei der anderen Seite hier, bei der Erweiterung, könnte ich auch hier, ähm, so eine Bar reinbauen. Und ich weiß nicht, ob ich unten bauen soll, weil, äh, da unten habe ich nur mehr oder weniger, äh, mehr oder weniger ist der komplette Platz frei. Ja, und, so, äh, da wollte ich mich noch schauen, äh, ob ich vielleicht, äh, nehme ich, so, äh, genau wegen der Hardcontainer-Slide. Ihr habt geschrieben, tups, hast schon sehr viel Herzen, äh, goldene Herzen. Ich hab drei Herzen, ja, wie viel hab ich? Ich hab drei Herzen, ja, und, äh, Ring of Shed Ring, genau, was das ist. Äh, genau, nämlich, ähm, weil ich jetzt schaue, als ich vielleicht, äh, Hardcontainer mache. Aber da brauche ich Witherbone. Witherbone-Item kriegt man aus, äh, aus Wither-Skeletten, denke ich. Also, äh, Nether-Skeletten, Relic Apple, wie craften man den? Alarmid, Alarmid, okay, den könnte ich mal craften, eigentlich. Und, äh, genau, nehme ich aber hier auch noch einen Magic One mit Teleknesis, ich kann auch, was der wirklich macht. Und, ja, neues Goldenex-Immer habe ich jetzt auch schon, Leute. Ich kann auch hier noch was dazuschreiben, so. Warte, wenn ich das hier jetzt, so, geht das? So, äh, ich könnte auch was dazuschreiben, äh, zweites, äh, zweites, ähm, Areal, keine Ahnung, oder zweite, zweite, ähm, Stütze, kann man das sagen? Stütze? Weil, da meine ich da vorne, das. Und, äh, Leute, was kann ich noch bauen? Ihr könnt mir die Kommentare schreiben hier, was ich noch bauen hier soll. So, äh, nämlich wollte ich jetzt auch noch runterschauen zu dem guten alten, äh, was bist du? So ein Baumvieh, hey? Warte mal, ist er böse? Wow, Leute, wow, Leute, hab ich ja richtig nach oben. Leimonke muss, da muss da Leimonke eingesetzt werden. Na, was bist du für ein Fee? Kupfer. Ihr habt doch gesagt, dass ich bei, äh, Fritz oder so mal einkaufen soll. Weil ich hab schon richtig viele Coins, Coiner Regen und so, können wir mal in der nächsten Folge schauen. Ähm, genau, nämlich wollte ich jetzt auch mal runterschauen. Jo, mei, nämlich, Leute, äh, jetzt, ich hab nämlich einen Shop gebaut. Also, nicht von euren Kommentaren, weil ich hab den jetzt schon länger gebaut, weil ich nehme mal, ähm, gleich ein paar Folgen auf einmal auf. Weil es ist viel einfacher hier auch mit der Schule und so. Jo, mei, also, aber die Folgen kommen trotzdem dreimal die Woche, so wie die Folge. Die kommt, glaub ich, Dienstag? Dienstag, Mittwoch? Ne, Dienstag. Dienstag oder Montag, Leute, ja? Ja, und, äh, genau. Nämlich hab ich jetzt einen Shop, ähm, hier zu den Shops, äh, gebaut. Und, Leute, seid ihr ready? Seid ihr ready? Leute? Leute? Ja, der Shop ist echt gut geworden, ja? Es ist, also, es ist doch wirklich ein ganzer Shop, aber ich hab hier einfach, weil das hier ist so ein Discord-Emote, ja? Von meinem Discord, wenn man den Discord nicht kennt, wie gesagt, äh, Leute, man, der Baum packt hier ein bisschen. Wie gesagt, äh, dritter, vierter, fünfter Link in der Beschreibung, einfach in der Beschreibung mehr Anzeigen klicken. Und, jo, mei, da ist er nämlich einfach, das ist so ein Discord-Emote. Und auch wenn ihr Mitglied werdet hier auf meinem Kanal, äh, Mitglied werden, äh, da bekommt ihr auch den Emote, ja? Der Emote ist richtig cool, ich weiß gar nicht, warum hier genau es verpackt ist. Und, äh, genau, hier auf der Seite mit meinem Car-Headset, jo, mei. Äh, und hier, ich hab das wirklich so einen richtigen viergängigen Block gebaut, ja? Nämlich, ähm, hab ich auch eine Hinterseite, ja? Eine Hinterseite und, äh, eine Oberseite auch, oder? Doch, eine Oberseite hab ich doch auch draufgegeben, eigentlich. Wenn ich hier hochkomme, so. Eine Oberseite gibt's nämlich auch. Und hier, und jetzt, ja, Leute, es stimmt zwar nicht 100% überein, aber, ja, jo, mei. So, nämlich wollte ich jetzt auch noch, äh, nach oben schauen, zu den guten alten, äh, Dings hier, zu den guten alten, ähm, äh, Turm hier. Und, ja, wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, von Räumen, von zum Beispiel der Bar. Ich weiß nicht, ob ich die Bar als Shop bauen soll, weil hier ist relativ wenig, obwohl ich kann es da irgendwo bauen, habe ich ja noch, äh, Platz hier. Äh, schreibt einfach in die Kommentare, würde ich mich unbedingt hier freuen. Und, äh, ja. So, nämlich wollte ich jetzt hier zum Turm hochgehen. Jo, mei, zu meinen, da, zu meinen Turm hier, da, der Turm, L.P. Leute, wie, ihr, ihr könnt mal in den Kommentaren ausschreiben, wie ich den, äh, Turm hier nennen soll. Ähm, ich weiß nicht, Cactus Tower. Genau, jetzt, jetzt sieht man die ganzen Dings hier, die ganzen, äh, Dings, weil hier wollte ich so eine Art Dings bauen. Dings, Dings, Dings. Hier wollte ich so eine Art, äh, Teil bauen. Und hier jetzt auch, also so eine Stütze oder so. Ich finde auch immer das Grün hier richtig toll. Jo, mei, so. Ähm, so, was gibt es hier noch für Quests? Genau, ich wollte auch noch schauen wegen der einen Quest. Äh, Enchanta, Enchanta, Enchanta. Wo ist der Enchanta? Da, Enchanta. Frauentausch? Äh, das kann ich gar nicht nehmen. So, Domi, Domi, Ziel, Domi, Ziel. Erricht ein Tempel, der deinen Gott ehrt. Okay. Absolut wieder die große Götterprüfung. Okay, ich muss mal die ganzen Götterprüfung. Ich muss mal Zeus wieder hier, ähm, ranbringen. Dass er, ähm, zu Dings kommt. Also, äh, dass er mir Quests gibt. Erledigen weitere Quests für Gott. Das muss ich alles mal machen hier mit den, äh, mit den Quests. Errichte Level 20 in einem Skill. Jo, mei. Welche, ich finde Level 18 in, äh, Expedition oder so. Also, ähm, mal schauen. Äh, Errichte Level 20 kriege ich. 20, 40 Dollar kriege ich. Und ein Weapon Case. So, äh, nämlich wo ist die Quest mit dem Dings hier jetzt? Mit dem, warte mal, alten, vergessen. Finde ja ein dickes Weltenzoll. Da habe ich immer noch keine Ahnung vor dem auch dicken Weltenzoll. Oh, mei. Hallo? Oh, hi Zeus. Äh, hey Unterzahn. Alles klar. Hallo, ähm, hallo, äh, Oberzahn. Oder wei- Wisst ihr wie? Warte mal, was ist das Gegenteil von Unterzahn? Ich habe mir ein, äh, ein kleines, ich habe mir ein kleines Zimmer in deinem Turm eingerichtet. Ein klei- Warte mal. Ein kleines Turm. Äh, ja, also errichtet. Nicht eingerichtet. Komm mal mit. Okay. Ähm, alles klar. Ein kleines Zimmer. Hä, wo denn ein kleines Zimmer? Alles klar. Ähm, da ist immer noch so ein wundervolles Bild. Äh, ein kleines Zimmer. Oh. Warte mal. Welche Etage ist das? Hat irgendwas weggebaut? Äh. Äh, lol. Warte mal. Alles ob. Leute. Oh mein Gott. Warte mal, wie cool sieht denn das aus? Mit so Dings. Mit so, mit so Gold und so. Oh mein Gott. Und hier mit so. Oh mein Gott. Lol. Alles klar. Alles klar. Die Mitreden habe ich mich, äh, habe ich mit der Blitzkraft meines Bewusstseins in eine andere Richtung gejagt. Also deswegen sind die Blitze ja weg, gell. Haben mich schon gewundert hier. Ähm, das Schild ist ein bisschen kaputt. Äh, ja. Das kann ich mir auch vorstellen, wenn so drei, vier Meteoriten kommen. Vor allem ein paar Dings ja auch. Ein paar, ähm, äh, Radioaktive. Ähm, genau. Das setze ich aber wieder. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das setze ich aber wieder. Äh, weil, ja. Äh, es ist ein Schild. Weiß nicht. Das Schild regeneriert sich anscheinend wieder oder so. Und, äh, ja. So, ähm. Ich wollte natürlich... Oh, bring mir Karotten! Äh, warte mal, Karotten? Ich bin veganer geworden. Äh, ah, okay. Okay, ja, 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 alles gut. Alles gut, ich bring schon. Ja, 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 alles gut. Alles gut, alles gut. Leute, ähm, was? Äh, bring mir Karotten. Ich bin veganer geworden. Hä, Leute? Ich habe gesehen, dass er abgenommen war. Er war ja auf Flitterwochen. Er ist ja vor zwei Folgen oder so wieder gekommen. Aber, alles klar. Hä, ähm. Okay, dann muss ich jetzt einfach hier ihm Karotten bringen. Oder, äh, ich weiß nicht. Ich, ich, ich glaube, ich... Ich glaube, da hat er... Da hat er das hier noch angefräsen, wobei. So, ich wollte jetzt noch zu Flo rüber schauen. Und, äh, weil er hat gesagt, er hat ein Geschenk bei ihm, ähm, am Weg irgendwo aufgestellt, hat er gesagt. Und, äh, mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Äh, ich kann mir die Chunks, äh, ich kann mir die Chunks later kaufen. Hier ist der Brief. Stimmt, ich muss ja schon schauen, ob ich vielleicht Briefe noch habe, oder? Die Briefe, die Briefe, die Briefe. Den Brief draußen. Äh, nö, ich habe nichts. Und, genau, das wollte ich auch noch zeigen, aber das zeige ich nichts. Folge, also, Leute, seid gespannt. Ich wollte nämlich auch noch was zeigen. So, äh, nämlich, hier ist auch noch von Izzy alles beschneidiert. Und, äh, nämlich hat Flo gesagt, er hat ein Geschenk bei mir drüben. Oh, das ist, glaube ich, der Totem-Shop. Alles klar. Äh, mal schauen, mal schauen. Was ist das hier? Hier ist alles Spaß, ne? Oh mein Gott. Äh, lauter, wie cool das gebaut hat. Ein Picture-Frame? Was ist das hier? Exchange-Machine. Hallo, lauter, diesen Dings, gell? Luna-Blaster. Alles klar. Also, hier hat anscheinend schon wer eingekauft. Alles klar. Hallo, Goldie. Ähm, ich wollte jetzt schauen, und, äh, also, was Flo hier für mich hat. Und, warte mal. War nicht mal ne Brücke? Ne Brickery-Dino? Die gute alte Tradition darf ich nicht vergessen werden. Alles klar. Hä? Hatten wir da ne Brücke auch? Hier, komm, Goldie. Äh, Brücke weggenommen. Äh, und hier lag grad die Welt nicht. Hä, warum? Jummei? Hallo? Alles klar. Der ist einfach grad, äh, komplette Map verpackt gewesen. Alles klar, Leute. Ähm, okay. Äh, Flo, ja, wie gesagt, gesagt, dass er irgendein Geschenk oder so für mich hat. Äh, also, mal hin, mal schauen, ähm, ob er der irgendwas hat. Ähm, wenn er doch irgendwie gesagt... Hä? Hä? Hä, was? Wo denn? Hä? Hä? Hä, was ist das? Hä? Ich kann nichts mehr machen, Leute. Hä, was ist das, bitte? Hä? Hat er Turits oder so? Hä, ich kann nicht abschießen. Oh nein. Hä? Leute? Äh, hä? Hä? Was ist das, bitte? Sentry. Leute, was ist ein Sentry? Schreibt jetzt in die Kommentare, was ist ein Sentry? Hä? Hat er so, so, so Turits, so... So Portal Turits? Nee, die schauen anders aus, oder? Was ist das? Hat er so, so, so Dispenser, oder was hat der? Hä? Ja, das ist wieder das viel. Die machen nicht so viel Schaden? Keine Ahnung. Ja, was? Ich versuche die mal zu killen. Kann man ja safe killen, oder? Weil ich... Mach mal, schau mal so. Hä, wo sind die? Ich geh mal, die Außenroute. So. Bam. Da sind die viel wieder. Hä, wo sind die denn bitte? Lol, hier sind die, oder was? Ja, da kann ich die von... Hä, wie? Die fahren sich aus. Ah, okay, Leute. Hallo, Goldi. Warte. Kann ich die schriegern und nachher direkt schießen? Es geht, es geht, es geht. Der eine brennt, der eine brennt, Leute. Angriff, Angriff. Oh nein. Alles gut. Alles, äh, also wenn alle da sind, ist es schlecht. Nein, 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 nein. Ich geh nicht zu. Hä? Was haben die bitte für eine Range? So, kann ich die vielleicht... Nee, ist unmöglich, glaube ich. Hä? Aber was? Warte mal, wenn ich hier close range gehe. Warte mal. Warte mal. Kann ich die abbauen? Nein, ich kann nicht abbauen. Aber warte mal. Was? Nein, nein, ich sterbe schon wieder. Leute. Was? Hä? Hauptsache ich sieh mal noch den Dings. Hä, wie viele Tote habe ich schon, Leute? Ich glaube, ich gehe da nicht mehr hin. Was ist? 22 Tote? Wie viel Flo? Flo, irgendwas mit 30, oder? Flo, 35. Okay, Leute. Einmal gehe ich noch hin. Aber was ist das bitte für... Turrets? Leute. Hä? Hä? Okay, warte mal. Leute. Plumpy. Ähm. Was können wir machen? Äh. Können wir was machen? Wir haben... Wir haben einen... Einen Tree Spirit haben wir noch hier drinnen. Warte mal, ich zeige. Hä? Du kannst... Du kannst... Hä? 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 Äh. Leute. Goldie hat noch... Hat noch nie gemäht. Goldie? Äh. Äh. Mäh, 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 mäh. Hä? Seit wann kannst du... Kannst du mähn? Äh. Ja, alles klar. Mäh. Ja, ja. Finde ich auch mäh. Hä? Hä? Lol. Wir können mal Fäder zeichnen, wo Goldie irgendwie mäh ist. Okay. Nämlich, wie gesagt, ich habe noch so einen Tree Spirit. Also so einen Tree, äh... Tüppi, Tüppi, Tüppi. Ähm. So. Äh. Der, der, der... Street Dings. Ähm. Weiß nicht, ob der, der angreift oder ob das ein Block ist. Nein, schießt schon wieder. Greif an! Oh nein, ich kann nichts passieren, gell? Aber ich kann kein Play... Okay. Leute. Einfach so noch. Ich habe noch ein Shield. Ich könnte vielleicht... So. Okay. Ich muss hier... Der hat mir sicher Munition drinnen, Leute. Ähm. Wenn ich hier zum Beispiel... Okay, es geht nicht. Äh, wenn ich hier irgendwie... Wenn ich irgendwie trigger, Leute. Es gibt ja den Rust, auch Rust so ein Spiel. Auch so ein Spiel, wenn ich irgendwie trigger. Und es prallt ab. Weil die Brennen irgendwie... Muss ich nur irgendwie triggern. Leute, warte mal. Von hier oben geht das nicht. Warte mal, ich muss nur... Warte mal. Äh. Nein, ich fahre wieder aus. Ja, Leute. Ich glaube, das ist unmöglich. Warte. Und die Aufwand. So. Ich könnte das ewig machen, aber... Bis es irgendwann... Dings mehr haben. Mäh. Ja. Ja, Gold. Ich weiß, dass du mehr... Nein. Hä? Hallo, Goldi. Warum schießen sie dich nicht ab? War sehr gut, dass sie dich nicht abschießen. Ich hab's gehitet. Okay, einfach... Na, Leute. Es ist unmöglich, Leute. Hä? Aber was ist das bitte? Wo hat die Turrets? Warte mal, wenn ich jetzt hier eingebe. Turrets. Leute. Äh. Gewehr... Ne, nicht gewehrt. Äh. Was soll ich eingeben? Ähm. Äh. Gang. Nicht Gang gibt es viele. Ich weiß nicht, wo er die hat. Äh. Keine Ahnung. Alles klar. Ja. Ich... 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 Ich geb's auf. Und... Äh. Hä? Aber... Leute. Schreibt mal, wie Flori gecraftet hat oder so. Weil... Ich will es auch wissen. Richtig witzig, wenn ich vor Tops dann nach Hause einsteig bin, ich habe einen Klaimer. Und auch so ein Turrets in Boa. Richtig witzig. Oder wenn ich irgendwie bei Tops... Äh. Mich rein Klaimer praktisch. Aber wenn ich halt nachher wieder Geld hab. Und... Äh. Dann praktisch. Keine Ahnung. Dann praktisch. Dann äh. Ein Turrets in Place. Aber... Keine Ahnung, wie man so ein Turret kriegt. So. Ich hab jetzt auch ein bisschen Geld. Äh. Äh. Ich geb einfach alles aus. Ja, wisst ihr, Leute. So. Wenn schon. Den schon. Äh. So. So. Also ich mein Geld kriegt man eh schon. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Äh. Sieben Chunks hab ich. Okay. Ich hab jetzt zwar weniger Chunks als alle anderen. Aber, Leute. Ich hole auf, Leute. Versteht ihr? Ähm. In der übernächsten Folge. Ich sag's euch. Übernächste Folge bin ich über easy. Weiter. Wetten wir. Okay. Äh. Warte mal. Wie viel Chunks hab ich jetzt? Äh. Warte mal. Ich hab 150. 100. Warte mal. 150. Mach kurz rechners, ja? 100. Äh. 150. Äh. 150. Dividiert durch. Äh. 20 sind 7,5 Chunks. Aber, äh. Ja. Ich kann 0,5 nicht machen. Also sieben, Leute, ja? Sieben Chunks. Ähm. Sie sind eigentlich ganz geschmackig, ja? Ähm. Weil ich jetzt so. Aua. Äh. So. Weil ich jetzt nur irgendwie, ähm. zu meinen, äh. Dings kommen. So. Und ich hab auch gesehen, dass, äh. Das Dorf ja auch ausgebaut oder so. Mal schauen, mal schauen. Oh, komm her. So. Ähm. So haben wir nämlich auch ausgebaut hier. Dann schau ich aber nächste Folge hin. Okay. Ich muss hier stehen. Genau hier so circa. Oh nein. Äh. Leg. Äh. So. Äh. Hier und äh. Claimed Chunks. Und Tops. Tops hat mich unclaimed. Mal sieben Chunks. Ich mach mal, äh. Was claim ich? Ähm. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben oder so. Ja, wir haben noch ein bisschen Chunks. Zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, vierzehn, fünfzehn, sechs. Äh. Vier, viert, 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 viert. Ja, wir haben noch so 40 Chunks, ja. Und 40 mal 20, äh. Es sind circa 800. Das heißt, wir brauchen 800 Dollar, Leute. Und da, Leute. Äh. 800 Dollar kriegt man echt leicht mit den Quests, ja. Also, dann schau ich vielleicht auch nächste Folge, dass ich vielleicht, äh, a little bit of Quests mache. Ähm. Und, äh. Ja, da will ich jetzt auch sagen, lasst ein Like und ein Abo da. Und, äh, aktiviert um den Link die Glocke. Hast du nicht verpasst? Ich hab gesehen, 40% von euch. Oh, hallo Goldi, danke für das Gold. Äh, auch für das Gold. Äh, 40% von euch haben nicht abonniert. Also, rechts oben jetzt erstmal anhelden drücken. Dann registriert ihr euch. Ich, äh, gebt ihr E-Mail und Passwort an. Und dann, äh, dann, äh, dann, äh, habt ihr den YouTube-Kanal. Und nachher könnt ihr mich einfach gratis abonnieren. Und, meh, hey, jo, meh. Wie gesagt, lasst ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Und schreibt mir in die Kommentare, was ich als nächstes das Shop bauen soll. Und was ich beim Turm noch weiter bauen soll. Lasst ein Like und ein Abo da. Und tschau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.